Moin Seine, der Stefan ist hier. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Heute mal wieder schönen Campingplatz vor der Brust. Campingplatz Stover Strand International in Drage bei Hamburg, aber schon in Niedersachsen. Diesen Platz, den kennen wir schon. Da haben wir manchmal unsere Nordtreffen, aber dich, dich nehmen wir jetzt mal mit auf so eine kleine Reise hier über dieses, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, ganz schön große Areal. Was es ja alles zu entdecken und zu sehen gibt, naja, wie immer ganz entspannt in diesem Video, oder? Von daher, komm, let's go! You know the game, wir fangen vorne an, oder? Wie immer. Da vorne kommst du angefahren und dann fährst du hier rum, rum, rum und dann hast du da vorne die Reetze. Gehen wir gleich hin und gucken da mal mit ein, zwei Eugleinen rein. Als wir vorgestern, glaube ich, hier angereist kamen, da war hier ganz schön viel Bambule, gab es so ein mittleres kleines Verkehrschaos, weil ich musste ja die Kiste irgendwo stehen, das habe ich dann da gemacht. Das war auch nicht richtig, aber sei es drum. Du siehst es, heute ist schon wieder alles deutlich entspannter. Von daher fährst du rum, stellst dich kurz da vorne hin und dann schwingst du deinen Poppes aus dem Auto, aus dem Camper oder aus was auch immer du so gerade unter deinem Poppo hast und gehst zu Reetze. Das machen wir jetzt auch. Wegweiser. In eine total super Erfindung, weil die weisen halt den Weg. Man siehst du schon, da geht es Richtung Platz, Restaurant, Imbiss, kleiner frischer Markt und der ist sogar super ausgestattet und preislich okay. Okay, diese Richtung geht es dann weiter zu den Wohnmobilplätzen, zum Strand. Wir gucken, wir gucken. Reetze steht oben, müssen wir als erstes hingelaufen sein. Tatat, sind wir da. Es ist natürlich immer noch hier Covid-19, deswegen laufen wir nicht rein, sondern das Ganze wird quasi so to go gehandelt an den Fenstern jeweils. Das macht aber nichts, weil die Damen, die dort zur Verfügung stehen, um dich zu unterstützen, die sind ja genauso nett, als wenn du da reingerannt kämpfst. Was aber ganz schön ist, du siehst hier einmal auf dieser Übersichtseite, boah, alter Vater, das ist mal ein großer Platz. Jetzt, wir sind gerade hier, da, da stehen wir an der Rezeption und dann hast du hier ganz viel Platz, 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 Platz. Du hast Mobilheime und, ja, du hast noch einen kleinen See, du hast da Komfortplätze und, jetzt pass auf, jetzt kommt das Richtige und. Wir, wir stehen ja auf der, ich sag mal, Elbseite des Deiches, hier in diesem Bereich. Der ist natürlich nicht immer offen, weil manchmal hat dieser Fluss ja auch mal ein bisschen mehr Wasser. Dann ist ja blöd, hier zu stehen, wenn das Wasser bis zum Deich schwappt, von daher, dann wird wahrscheinlich eher diese Seite des Platzes bevölkert. Deswegen müssen wir uns die ja auch angucken, aber ich zeige euch natürlich auch die andere Seite. Da ist auch gleich richtig gute Laune, weil wahrscheinlich der meine Videos nicht gucken darf. Aber komm, wir machen weiter. Ich sage euch übrigens nachher auch kurz was zu den Preisen, die wir aktuell bezahlen durften. Ist ja auch mal mit da ganz interessant, aber natürlich sind die jetzt gültig, in 2021. Who knows, das kann sich ja manchmal verändern. Jetzt, jetzt hüpfen wir mal so einen Meter 20 nach da, haben wir nämlich den Supermarkt. Den muss ich dir auch gezeigt haben, damit du so ungefähr weißt, was gibt es denn da und was gibt es denn nicht. Eine Menge. So, wenn wir mal ganz toll kümmern, also auch gleich schon die, ich sag mal, die gesunde Essensabteilung. Trinken, ein bisschen was an Zubehör. Wenn am Camper mal was ist oder du mal einen neuen Gasschlauch brauchst oder vielleicht auch nur einen Zahnstocher. Ja, brauchst du aber auch nicht jeden Tag. Dann hast du noch ein paar Zeitungen oder noch ein paar mehr. Viele, genau genommen. Die sind übrigens super. Da ist, glaube ich, auch ein Foto von Melli und mir drin. Hier, das finde ich ja auch super spannend. Noch mal einen Blick von oben, großer Bereich. Hier der Elbbereich, auf dem wir stehen. Und jetzt kommen wir zu den richtig leckeren Sachen. Wein, Tiefkühlzeug, Krams, Blasölz, Getränke und, und, und. Und natürlich auch Kaffeefilter. So, jetzt guckst du einfach mal selber auf die Preise und entscheidest, ob das günstig oder teuer ist. Hier zahlst du für einen großen Pott Orangesaft 1,80. Das ist auf jeden Fall günstiger als an der Tanke. Vielleicht ein Groschen mehr als bei einem normalen Supermarkt. Aber die Auswahl ist echt groß. Du hast auch Wurst und du hast Milch. Du kannst hier noch ein paar Semmeln wegholen. Bleiben nicht viele Wünsche über. Ordentlich sortiert. Wir sortieren uns und gehen noch ein bisschen weiter, oder? Kommst du mit? Ja, dann komm. Auf geht's. Okay, oder? Geht's weiter. Directly durch die Schranke. Zack, 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 zack. Da hast du auch gleich schon ein kleines Postmobil. Das ist super. Man kann nämlich auch Briefe aufgeben und so weiter, was man alles so hat. Und dann gucken wir. Sanitär, Küche, Waschmaschine, Spielplatz. This way. Da gucken wir doch mal rein. Und dazu muss man noch eine Sache sagen. Aktuell. Es gibt auf der Elbseite natürlich auch so einen kleinen Sunny-Bereich. Die Locusse, die sind offen. Die Duschen leider aktuell nicht zu nutzen. Hygienevorschriften. Deswegen, der ist ja auch ein großes Ding. Deswegen, wenn man duschen will und man das nicht im Wohnwagen oder im Camper kann, dann muss man natürlich von da hinten ganz hierher gerannt kommen. Das ist schon ein Weg. Oder man fährt mit Auto. Macht man natürlich nicht. Wir sind ja Camper. Wir sind ja gut zu Fuß. Pass auf, jetzt gucken wir doch mal rein. Hier. Klo-Entleerungsstation. Bitte Schieber und Bürste benutzen. Danke. Nicht, dass sich da einer draufsetzt. Jemand mit einem ganz dicken Popo. So, und jetzt gehen wir mal gucken, wie ist es denn in den Sannis itself. So, Rückseite, Gebäude, Eingang zu der mitwichtigsten Institution auf einem Campingplatz, nämlich dem Sunny-Bereich. Da wird geredet, wir gehen einfach rein. Zack, zack, zack. So, und dann siehst du hier schon so den groben Vorraum. Waschraum, Duschen, Toiletten. Alles da. Und hier auch noch ein Spiegel, das man sich selber ein bisschen angucken kann. Was musst du wissen? Duschmünzen-Automat. Duschmünze, ein Euro für vier Minuten. Zack, Bums, Münze. Münze heißt das Wort, brauchst du fürs Duschen. Gucken wir gleich mal rein. Pass auf, ich gehe jetzt erstmal zu den Duschen hin. Dann siehst du schon, echt eine riesengroße Anzahl. Und dann, dann gucken wir mal in irgendeine rein. Nehmen wir einfach gleich die hier. Marke rein, vier Minuten. Mit langen Haaren und ein bisschen Wohlwollen. Wird es vielleicht knappig. Muss hier zwei holen, zahlst du zwei Euro. Und dann hast du hier einen ordentlichen Strahl. Also da oben kommt er raus. Hast hier auch ein bisschen Seife drin. Nehmen wir mal vielleicht die eigene, wenn man so auf einem speziellen Duft steht. Dann geht das vielleicht ein bisschen schöner, aber zur Not hast du was. Das finde ich ja schon mal super. Pass auf, gehen wir weiter. Gehen wir mal in den Locusse-Bereich. Pass auf, auch hier siehst du ganz viele Locusse. Wahlweise einfach mal reingefilmt. Mit vernünftigen, nicht ganz so dünnem Papier. Ordentlich, sauber, alles schicke. Und du siehst, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, neun, neun, zehn Stück. Gut, ist aber auch ein großer Platz, oder? Brauchst du jetzt nochmal ganz kurz vorne in den Handwasch- oder aber Kultivierungsbereich. Den habe ich dir bisher verwehrt. Hingehüpft. Zack, Waschraum. So, und das ist ja auch geil. Guck mal, so mit diesen, wie sagt man denn dazu, Schmink-Spiegeln. Damit man sich so in groß sieht. Ansonsten kannst du dich hier rasieren, kannst dich waschen, kannst machen. Und wenn du dabei noch ein bisschen Privatsphäre haben möchtest, kannst du auch in so eine kleine Kabine gehen. Und dann hast du hier auch gleich schon noch eine Wickelablage für die Kinnis. Der Mann von Welt, der Vater von Welt, der macht das ja auch. Ist ja nicht mehr so wie 1955. Du siehst also, groß. Hier ist es vernünftig vom Geruch her, ist alles sauber. Also von daher können wir so mit dem grünen Haken versehen und weitermachen. Komm. Ja, aber mindestens genauso wichtig wie ein ordentlicher Sunny ist natürlich auch ein vernünftiger Spielplatz. Den haben wir hier. Da haben sie auch direkt nochmal ein Holzschiff dahin geschmissen. Vielleicht kam das aber auch bei der letzten Sturmflut einfach rübergenagelt. Spielplatz für Kinder bis zwölf Jahre. Ich muss mich ein bisschen schicken. Was ich super, ich bin ja älter, ich muss ja wieder weg hier. Was ich gut finde, ist das Hauptquartier, das Kinderhaus. Ja, wo die Kinder auch mal, wenn es mal nicht so im Wetter so geil ist, ein bisschen spielen können. Hier noch eine Wasserpumpe, ja, so ein bisschen rummoddern können. Das finde ich alles ziemlich charmant. Und übrigens das Gleiche gilt natürlich auch für die Parzellen, die wir uns dann jetzt auch noch miteinander angucken. Unfassbar, oder? Komm. So, pass auf, jetzt zeige ich dir direkt auch erstmal so die erste Parzelle. Das ist natürlich auch schon was Schöneres, was du hier siehst. Ich zeige dir dann auch mal eine Preisliste, dass du auch weißt, wohin das läuft. Da vorne siehst du, du hast immer Strom und Wasser dabei und aber auch Grauabwasser. Und so eine schöne, wie damals zu Hause, 70er Jahre mit hier Betonplatten gefließte Terrasse. Finde ich ja grundsätzlich super, dass du dir die Füße immer so schmutzig machst. Und du hast ja auch tatsächlich vernünftige Zufahrtswege. Das ist ja auch immer total wichtig, gerade wenn man anfängt mit Campen. Wir haben ja auch ganz viele, die sich das Hobby neu entdeckt haben. Ah, wenn das da so eng ist und ich bin noch nicht so aufs Hänger gefahren. Also hier völlig entspannt, keine, keine Schweißperlen auf dem Bäckchen. Hier kommst du ordentlich von A nach B. Das ist super. Von A nach B bringt mich aber was, bringt mich auch was. Wir müssen auch noch von A nach B laufen und das machen wir jetzt mal. Komm. So, und direkt im Vorbeigehen, Post und Bücherei. Hier kann man sich auch noch ein paar Bücher ausleihen. Ja, wenn es irgendwie zu fad wird, das Wetter mal zu lange schlecht ist und man sich nicht mehr so viel zu erzählen hat. Oder wenn man einfach Lust auf ein kleines, nettes Buch hat, da kriegst du was her. Ja, so, jetzt laufen wir weiter und jetzt rennen wir mal Richtung dieses kleinen Sees, Teichs. Ja, irgendwie muss er ja einen Namen kriegen, oder? Ja, ja, und auf dem Weg dahin, da bin ich jetzt mal ganz mutig, laufe ich mal durch Dauercampus Paradise. Ey, komm, hör mal, es ist nichts vor, hier stehen Häuser. Hier stehen ja größere Häuser als manchmal in Münchner Vorstädten. Aber auch schön und gepflegt, da achtet man ja drauf, wenn man sich so einen Ruhepol anlacht, damit man mal ein bisschen schön am Wochenende ausruhen kann. Und ja, gut, davon gibt es eine ganze Menge. Lassen wir mal so stehen, oder? Wir sind ja auf dem Weg zum Teich. Hab mich verlaufen, weiß nicht mehr, wo ich bin. Kleine Stefan möchte aus dem Wellefaradies aufgeholt werden. Wann bin ich denn hier? Ein Stinnfang bin ich. Macht mir aber auch nichts. Oh Gottes Willen. Falls du dieses Video siehst, habe ich es nach Hause geschafft. Wenn nicht, dann laufe ich in 20 Jahren noch hier rum und komm weiter. Ich zitiere meinen Französischlehrer, der hat immer gesagt, Stefan, wenn man nichts weiß, ist nicht schlimm. Man muss immer wissen, wo es steht, oder aber man muss jemanden kennen, der es weiß. Hab ich mir jetzt überlegt, hat er ja ganz gut recht gehabt, wahrscheinlich, da mit der These. Frage ich nochmal an der Rätsel. Die junge Dame wusste Bescheid und hat gesagt, ganz einfach, Stefan, hier runter. Das mache ich da jetzt auch. Und meanwhile erzähle ich dir, wie groß der Platz ist. Irgendwas mal um die 400 Plätze. 300 alleine davon auf dieser Seite, also auf der hinter dem Deich Seite. Und von diesen 300 sind roundabout 150 Dauercamper. Obwohl, da bin ich jetzt gerade ganz ehrlich, durch das Begriff, das Wort Camper in dem Zusammenhang. Gut, die Welt ist groß, die Welt ist bunt. Campt man in einem Haus. Kann man ja auch machen. So, pass auf, wir laufen hier weiter runter, dass ich mal zusammen mit dir, ihr habt ihn nämlich auch noch nicht gesehen, mal einen Blick auf diesen See werfen kann. Dann werden wir den See sehen. Auf geht's. Oh, nochmal frei, getreu des Mottos. Wir basteln uns aus einer Satzschüssel ein Verkehrsschild. Kann man ja machen. Übrigens, da vorne war ein Straßenschild, Wegweiser, das hieß am Teich. Mutmaßlich, da ist er. Gucken wir uns an, sind wir jetzt auch am Teich. Komm los. Die Sonne rauskommt, wird es auch noch direkt wieder ein bisschen warm. So, jetzt sind wir am Teich. Da sind auch wieder Komfortplätze. Strom und Wasser. Directly unsere Parzelle. Und wenn ich jetzt hier schon hinrenne, wie von der Tarantel gestochen oder der Wespe im Zweifelsfall, muss ich auch noch was zu sagen gleich. Da muss ich auch selber mal einen Blick werfen auf den Teich und sage, gut, das ist dann mal ein Teich. Jetzt bestimmt Frösche. Hat es bestimmt Frösche. Da hast du wahrscheinlich abends hier so ganz idyllisch. Super. Und Seerosen. Seerosen sind ja auch total romantisch. Bin ich eher... Ih, da hängt eine Bayern-München-Fahne. Oh, Entschuldigung. Oh, was ist denn hier los, Alter? Sind bei Hamburg. Hamburg. Stehe ich lieber vorn an der Elbe. Bin ich ganz ehrlich. Komfortplatz hin oder her. Das hast du nämlich drüben nicht. Da stehst du auf der Wiese. Und hast auch kein Frischwasser direkt an der Parzelle. Aber da guckst du halt im Zweifel auf die Elbe. Also, da müssen wir hin, oder? Wollen wir da mal rüberlaufen? Ist jetzt ein Weg. Ich mache die Kamera auch aus. Dauert wahrscheinlich eine Stunde oder so. Aber das muss ich dir auch noch gezeigt haben. Bayern-München, ey. Die sind überall. Die sind überall. Und apropos überall. Was nicht überall ist, aber an der Stelle hier eine Tischtennisplatte. Kannst du ein bisschen den Schläger schwingen. Komm. Zack. Ab über den Deich. Komm, nutzen wir den Weg. Was mich tatsächlich. Also, ich mag den Platz super gern. Ich mag die Lage da an der Elbe. Das Restaurant, das zeige ich dir gleich auch noch. Da waren wir letztes Jahr beim Nordtreffen. Einmal abends essen. Essen. Das war super lecker. Das war echt cool. Also, ich finde den Platz cool. Die Sunny sind super. Und jetzt kommt etwas. Aber das ist, glaube ich, in ganz Deutschland gerade so ein bisschen Thema. Ausnahmsweise nicht Corona übrigens. Wespen. Wespen. Also, ich saß gestern mit Melli unter der Markise. Und wir hatten die Seitenteile noch nicht eingezogen. War ja warm und alles. Also, temporär, temporär locker. 15, 20 Wespen. Allein bei uns am Tisch. Denkt man sich, ja gut. Weißt du, wenn die einfach nur gucken und sich ein bisschen unterhalten wollen. Eine kurze Pause einlegen müssen, weil sie nicht mehr so weit fliegen wollen an dem Tag. Alles entspannt. Können sie machen. Wie ich ein total liberaler Typ. Und mir steht übrigens Naturschutz auch wandsweit oben. Also nicht hier, sondern ist ein wichtiger Aspekt. Ernsthaft. Ich finde Tierquälerei zum Kotzen. Also, wenn ich manchmal so Sachen sehe, jetzt kommt so ein Deep Talk, heißt das, hat Melli mehr erzählt. Wenn Menschen Tiere quälen, weißt du, da sieht man ja manchmal so Videos, ey, da könnte ich echt stinksauer werden. Ja, stimmt, ich wäre dann auch stinksauer. Aber, dann haben wir in dem Video erzählt, dass wir uns gegen diese Wespen-Schar ein bisschen wehren mussten. Mit einer Fliegenklatsche. Wir haben die umfunktioniert zu einer Wespen-Klatsche. Haben wir gesagt, vielleicht haben wir es ja gar nicht getan. Vielleicht haben wir das ja auch erstunken und erlogen. Und wir haben mit dem Wespen-Skate gespielt. Dann kamen gleich die ersten Kommentare. Ja, Wespen steht da, Naturschutz, die darf man nicht töten. Ne, darf man nicht. Die darf mich aber auch nicht stechen, hat sie trotzdem getan. Einfach so. Ich habe die nicht gejagt, nicht nachgeschlagen. Zack, hat die einen Stich. Tat weh wie Scheiße. Ich sage es dir ernsthaft. Melli ist allergisch gegen Stiche. Ja, das heißt, bei der wird das Thema dann nicht nur mit Auer, sondern auch noch mit ganz anderen Themen verbunden. Paul wurde auch schon gestochen. Der fand das auch nicht so geil, in der Lefze mal so eine Bekanntschaft der dritten Art zu haben. Also, das möchte ich noch ganz kurz klargestellt haben. Wir laufen hier nicht über den Platz und zünden mit einem Bunsenbrenner Wespen an. Das tun wir nicht. Ganz logisch. Wenn mir aber eine zu nahe kommt, dann muss er damit rechnen, dass er mal eine gefeuert kriegt. So, das war mir wichtig. Und das ist jetzt übrigens, das ist super. Aber es hat ja von der Zeit ganz genau hingepasst. Jetzt sind wir nämlich an der Rätsel, du hast es vielleicht gerade gesehen, wieder dran vorbeigelaufen. Und sind jetzt auch schon direkt wieder vorne am, ich sage mal, Stover Strandplaza. Da zeige ich dir vorne auch noch übrigens sowas, was wichtig ist, wenn du Wohnmobilfahrer bist. Und sind jetzt hier schon auch am Restaurant. Und jetzt werfen wir mal miteinander einen Blick über die Karte. So, jetzt siehst du nicht 92 unterschiedliche Gerichte, so wie beim Pizzaservice in, ich sage mal, weiß ich nicht, Duisburg-Meiderich. Sondern überschaubar. Natürlich eine Currywurst. Ich bin mir sicher, die habe ich letztes Jahr hier gegessen. Die war gut, weil die esse ich eigentlich ganz oft auf dem Campingplatz. Du kriegst aber auch ein Zanderfilet. Kostet 18 Euro. Ein Schnitzel für 15,90 Euro mit Champignon-Rahmen und kleinem Salat. Überschaubare Karte. Ich denke mal, für einen Campingplatz echt vernünftige Preise. Und wirklich, wirklich lecker. So, aber apropos lecker. Gibt ja auch Sachen auf so einem Campingplatz, die sind dann vielleicht so ein bisschen weniger lecker. Aber die müssen wir uns trotzdem angucken da vorne. Nämlich, da siehst du es schon. Wohnmobil-Grauwasser-Entleerungspunkt. Na ja, auch so ein Motor will gekühlt werden. Und der kann nicht trinken, da braucht er Luft. So, hier einmal Grauwasser-Entsorgung. So, lass laufen, Kumpel. 2 Euro für Fremdgäste. Für die Urlaubsgäste natürlich kostenfrei. Gut, vielleicht auch die duschenfrei. Aber gut, ein bisschen was. Komm. Jetzt gehen wir nämlich dahin, wo ich mich superwohl fühle. Das war ja schon in Krautsand der Fall. Hinterm Deich am Elbstrand. Boah, es juckt mir so in den Fingern, zu Hause zu sagen, komm, Mädels, lass gut sein. Der Norden ruft. Pass auf, wir gehen jetzt mal. Ach komm, ich stürze ab. Ich gehe hier einfach. Nee, darf man nicht. Ich gehe jetzt hier hoch. Scheißegal, komm. Zack, ich beeile mich ein bisschen. Zack, 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 zack. Und noch mal diese tolle GoPro-Ausdruck hier mit ihrem Stabilitätsprogramm. Ich renne ja, volle Pulle. So, jetzt kommen wir hier rüber. Und jetzt siehst du schon. Geil. 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 So. Zum einen hast du da vorne so einen kleinen Beach-Club. Kannst du dich da hinter die Hütte, da kannst du dich hinsetzen, kannst du noch ein Bierchen schlürfen oder irgendeinen Drink oder was. Die untergehende Sonne, die da hinten so untergeht, so hinter die Bäume. Oh, toll, toll, toll. Du hast hier hier einen kleinen Hafen. Du hast hier auch so eine Slip-Anlage, glaube ich, heißt das richtigerweise, wo du so einen kleinen Kutter mal in dein Wasser flutschen lassen kannst. Und, jetzt muss ich mich kurz ausruhen, du hast hier noch mal ganz viele Stellplätze. Eben in Zeiten, in denen das Wasser nicht gefährlich nahe kommt. Und sonst hast du halt einen Wohnwagen im Wasser. Ist auch nicht schlecht. Kannst du mal kurz feucht durchgefeudelt haben. Und jetzt noch einmal der Blick hier rüber. Super. Schön, ja, danke schön. Und jetzt gehen wir mal runter auf die Plätze, weil du sagst, ey, da drüben ist schon nett, aber so direkt, oder relativ direkt an der Elbe ist vielleicht sogar noch eine Idee geiler. Dann gucken wir uns auch mal die Plätze an, wie die versorgt sind. Und wenn jetzt wieder einer schreibt, Glinta, wir machen uns Sorgen um deine Lunge, ich bin auch gerade gerannt wie ein Dover. Und ich bin nicht der sportlichste Mensch der Welt. Bin ganz weit von weg. So, komm, ab, Parzelle. Vergessen zu erwähnen. Hinten, wenn du runterkommst, da bei dem Beach Club noch ein bisschen weiter, da ist übrigens auch ein Camper Clean Automat. Kassettentoilette wieder sauber machen. Habe ich auch schon ein Video darüber gemacht. Ich finde die ja super, also wenn du sagst, komm, das mit dem Wegkippen, das ist nicht so ganz meins. Mir ist das, jetzt weiß ich nicht, was es hier kostet, ein oder zwei Euro wert. Da hinten ist ein Automat, okay? So, jetzt, jetzt kommen wir der ganzen Misere, hätte ich fast gesagt. Ne, das stimmt nicht, das wird dir nicht gerecht. Jetzt kommen wir der ganzen Situation schon ein bisschen näher. Ich sehe schon da hinten unseren Wohnwagen, meinen Wohnwagen und Melis, der daneben steht. Und da, da zeigen wir euch, wir, ich, dir, mal wie das da ist. Und dann gehen wir nochmal zum Strand und gucken uns das Sunny hier an. Da machen wir ein Fazit. Das ist schön, oder? Boah, ist das warm. Jetzt sind wir hier in dem Bereich, den ich dir noch zeigen will und muss. Und das sind die Bereiche Elbe 1, Elbe 2, Elbe 3 und so weiter. Das ist dann der Bereich, auf dem wir jetzt dann auch bald wieder unseren Nordtreffen haben. Dann stehen hier alles voller Happys. Das ist auch geil dann. Und jetzt siehst du schon, die sind so leicht parzilliert mit so, ich sag mal, noch in der ausbaufähigen Phase ihres Lebens garnierten kleinen Büschen. Dann hörst du auch schon wieder schöne Musik und Meli singt auch schon wieder lauthals mit. Und du siehst hier die Stromkästen. Den kriegst du so nicht auf. Denkst du dir, verdammte Axt, warum nicht? Du kannst hier vorne an der Rezeption den Schlüssel für die Stromschränke holen gegen ein kleines Pfand. Damit hier nicht jeder hin zum Kunst... Oh, hier ist ein Ring gefunden worden. Der hat aber einen krummen Finger, oder? Guck mal, wie krumm der ist. Na gut, lass ihn mal liegen. Nicht, dass der wegkommt. Also musst du wissen, denk dran vorne, wenn du ankommst, dir den Schlüssel zu holen. Wir, apropos, gehen weiter und überlegen uns. Ja, Strom ist tatsächlich auch überall verteilt. Ja, brauchst du nicht die 95.000 Meter langen Kabels. Aber was ist denn mit Wasser? Wasser findest du hier und auch Grauwasser hier in diesem Bereich erstmal nicht so. Ohne weiteres zumindest nicht direkt auf den Parzellen. Wasser ist aber gar nicht so unwichtig. Wasser ist Leben, sagt man ja ganz häufig. Gehen wir doch einfach mal zum Sunny-Gebäude dieses Bereiches. Und tatsächlich, das finde ich ganz charmant gelöst. Du hast also nicht irgendwie einen Raum für Damen mit Kabinen oder einen Raum für Herren mit Kabinen, sondern du hast Miniräume. So, da wäre dann die Dusche. Dann hast du Toilette, Toilette. Das gleiche für die Männer. Toilette und Toilette. Die Türen, die soll man immer offen lassen, damit es lufttechnisch sich wieder akklimatisieren kann. Die Duschen, ich habe es vorhin schon ganz kurz gesagt, die sind aufgrund von Corona gerade nicht geöffnet. Was aber geöffnet ist, ist auch nicht unwichtig, wenn man nicht so eine schöne Spülmaschine hat, wie die Melli. Man muss ja manchmal auch abwaschen. Kann man auch. Direkt hier, zeige ich dir. So, filme ich jetzt mal so ganz charmant nach links, dass ich hier die Herrschaft nicht irritiere mit meiner Kamera. So, da kannst du gucken. Wasser ab, warm und so. Läuft. Apropos, läuft noch. Auf der Rückseite des Sanis Gebäudes, damit du mit deiner Kassettentoilette nicht ganz nach hinten rennen musst, da wo dieser kleine Kreisel und diese komische Beachbar war, hast du hier auch noch ein Camperclean. Pass auf, zeige ich dir auch mal ganz schnell, wie das funktioniert. Das habe ich dir ja schon in einem anderen Video erklärt. Das verlinke ich dir mal hier oben, oder? Wenn du das mal gucken willst, verlinke ich dir. Und apropos gucken willst, ich könnte mir vorstellen, eine Sache musst du und willst du auch noch gesehen haben, nämlich den Elbstrand. Und zu dem gehen wir dann hin, dann sage ich dir noch was zum Thema Hunde, dann sage ich dir noch was zum Thema Preise und dann, dann machen wir ein Fazit. Und dann reicht's, oder? Für jetzt, für heute, für dann. Bis gleich. Komm, ab zum Strand. Kannst du dich erinnern an das Video von Krautsand? Da war ja auch Elbstrand. Der Sand, der ist so wie hier. Der Unterschied allerdings ist, hier ist der Strandbereich deutlich kleiner. Schmäler, kleiner. Gerade wenn, ja, auch bei der Elbe gibt es so etwas, Flut ist. Wenn nämlich Flut ist, ist das Wasser bis hier hin. Bis hier hin. Jetzt ist, hinten ist es bis da unten. Und da, pass auf, da gehen wir mal hin, weil ich ja gerne am Wasser bin. Dann schwenken wir noch mal einmal von links nach rechts. Jetzt sehe ich gerade, da kommt ein Hund an. Ein Hund, heute mal nicht im Büro. Hunde sind hier erlaubt. Das finde ich super. Natürlich an der Leine. Das ist für mich völlig okay. Es gibt viele Menschen, die haben Angst vor Hunden. Das muss man akzeptieren und respektieren. Aber sie dürfen hier zumindest mit dazu. Sie dürfen an der Schleppleine dann auch ins Wasser. Und da gibt es ja auch Bereiche in Deutschland, wo das so total verboten ist. Wo du bei 5000 Millionen Grad mit dem Hund nicht ans Wasser darfst. Und der Hund sich die ganze Zeit denkt, ja, das ist schade, ich wäre da gerne mal drin. Hier darf es. So, pass auf. Jetzt hole ich mal kurz die Preisliste raus, beziehungsweise unsere Rechnung, damit du auch eine Idee davon bekommst, was kostet das hier. Und dann machen wir mal ein schnelles Fazit. So machen wir das. Ja, natürlich die Preisliste vergessen, war ja klar. Aber ich zeige dir mal, aber ich lese es dir vor, sonst kannst du es ja nicht erkennen. Und wie jetzt hier zahlen durften, also Wohnwagen, Platz mit Pkw oder aber Wohnmobil an der Elbe, das ist da ja, wo wir stehen, neun Euro die Nacht. Kannst du nichts sagen. Erwachsene Personen, acht Euro pro Nacht. Kannst du auch nichts sagen, eigentlich. Ein Hund kostet drei Euro, das finde ich tatsächlich recht günstig, das habe ich auch schon deutlich teurer gehabt, ja, tatsächlich. Und dann kostet Strom pro Nacht pauschal auch nochmal drei Euro. Das finde ich auch okay. Das mit den Duschen, ich meine, da haben wir ja schon ganz viele Diskussionen drüber geführt. Ja, ist das auch noch zeitgemäß, braucht es das, kann man das nicht im Preis inkludieren. Ach komm, wollen wir uns gar nicht drüber aufregen. Jetzt duschst du vielleicht nicht jeden Tag, ansonsten schmeißt doch einfach mal deinen Körper in die Elbe, dann bist du auch wieder halbwegs sauber. Von daher, pass auf, machen wir uns nichts vor, sagen wir mal wie es ist. Es geht wieder zum Strand und wir machen Fazit. Let's go! So, finde ich preislich tatsächlich okay. Also zumindest in der Summe, in der Summe, zum Rest habe ich dir ja was gesagt. So, und dann stehst du hier. Krautsand ein bisschen breiter, weil wir sind ja auch schon wieder näher an der Nordsee. Okay, und trotzdem hast du hier einen schönen Bereich. Du hast echt einen großen Campingplatz, wo du bestimmt auch eine Menge schöne Momente mit deinen Lieben oder vielleicht auch mal alleine verbringen kannst. Du kannst dich hier abends hinsetzen, da hinten geht dann die Sonne unter. Also es ist wirklich eine schöne Ecke. Es ist ein schöner Campingplatz, er ist sauber. Gut, die Dauercamper, naja, komm. Leben und leben lassen, oder? Und genau so, so halten wir das ja auch bei uns bei Happy Camping und oder so. Und das bringt mich auch dann an der Stelle direkt dazu, dass ich an diesem Punkt dann sagen muss, so leid es mir auch tut. Mensch, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über diesen Campingplatz Stover Strand International, Claude-OAG, aber irgendwie so, zu laufen und mal ein paar Blicke zu werfen. Und dann sage ich, hey, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Ich bin jetzt nämlich weg und morgen, morgen geht es auch schon direkt wieder weiter. Und dann schauen wir mal, wo der Herr Günther dann seine, seine 12 Quadratmeter Wohnwagen hinstellt. Stand Paris-Athene, auf Wiedersehen. Hasta luego, dein Stefan.